Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem AIM Production Kanal zum letzten Video der Videoserie zum Thema InShot, mobiles Video Editing auf dem iPhone und heute möchte ich mein Fazit geben, mein Fazit zu dieser App und wofür ich glaube, dass sie am besten geeignet ist und wie ich sie in meinen Arbeitsablauf integrieren werde. Ich finde diese App wirklich super und natürlich ist das irgendwie klar, weil sonst würde ich nicht 14 Videos zu dieser App produzieren und ich finde es auf jeden Fall cool, dass du bei diesem Video hier noch dran bist. Ich nehme an, dass du nicht sofort auf dieses Video gehst, sondern dir vorher diese 13 Videos angeguckt hast oder zumindest Teile davon und ich glaube, jetzt hast du einen guten Einblick bekommen, was mit dieser App doch möglich ist und ich finde es sehr, sehr viel dafür, dass sie kostenlos ist und mobil verfügbar und einfach so auf dem Handy. Was ich sagen muss, dass ich aus der Community gehört habe, dass sie auf Android nicht so einen großen Funktionsumfang bietet, wie das bei iOS der Fall ist. Ich hoffe, da kommen einfach Updates und es wird besser bei Android, aber auf dem iPhone, dafür kann ich ja nur sprechen, macht es wirklich Spaß. Wofür werde ich die App in Zukunft verwenden? Ich werde sie natürlich nicht dafür verwenden, Musikvideos zu schneiden, Multicam-Sachen zu machen, also Dinge, die mit mehreren Kameras aufgezeichnet worden sind. Wie auch immer, dafür ist sie komplett ungeeignet. Aber ich werde sie dafür verwenden, Videos, die ich schon auf dem Mac geschnitten habe, fertige YouTube-Videos, wie dieses zum Beispiel hier, mir da reinzuladen und gegebenenfalls aus dem Video eine Instagram-Story zu machen oder ein Instagram-Video oder ein Facebook-Video, dieses zu betiteln, oben eine Tagline reinzuschreiben, unten einen Text reinzuschreiben. Finde ich richtig, richtig geil, dass das mit Instagram möglich ist und das ist natürlich auch ein Stück weit für viele ein cooler Arbeitsablauf. Also ich schneide mein YouTube-Video am Mac und ziehe mir das aufs Handy und sitze dann im Bus und schneide vielleicht nochmal irgendwie so einen Sneak-Peak oder so einen Trailer oder ein cooles Zitat oder was weiß ich was raus und nutze das dann für andere Social-Media-Channel. Dafür kann ich es wirklich nur empfehlen. Natürlich kann ich es auch empfehlen, wenn man quasi nur kleine Instagram-Videos oder Facebook-Videos produziert, dann reicht das, was ich euch in den letzten 13 Videos gezeigt habe, wirklich aus, um da Videos zu produzieren, wenn es kein aufwendiger Schnitt und so weiter ist. Und genau, das ist sozusagen mein Fazit zu dieser App. Ich freue mich, dass ihr noch dran geblieben seid und da die ganzen Videos angeguckt habt. Lasst gerne, 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 gerne Feedback zu dieser ganzen Videoserie hier unter diesem Video da. Wie cool fandet ihr es, dass ich mal 14 Videos zu einer Thematik gemacht habe, so eine Art Videokurs hier auf YouTube gemacht habe? Oder sagt ihr, YouTube ist da nicht die richtige Plattform für, packt den auf Udemy oder was weiß ich was alles. Ich wollte es hier gerne auf YouTube jedem zur Verfügung stellen, der da Interesse dran hat, mobiles Video-Editing zu machen. Und sagt aber auch in den Kommentaren, was wäre eine Videoserie, die euch noch interessieren würde? Also welche Thematik interessiert euch noch? Wo man mal mehrere Videos, müssen ja nicht unbedingt 14 sein, aber vielleicht drei, vielleicht sieben Videos zu produzieren können. Ich würde mich freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.